Hey. Ja, ich denk... Ich denk mal, dass... Ja. Mal schauen, was wir hier noch an Lager finden. Oh. So. So. Ist hier unten denn noch ein Lager? Nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Gut, dann aktiviere ich das. Dann kannst du auch mal meine Helden sehen. Gerne, gerne. Die kamen ja bisher nicht allzu oft aus. Oh, meine Ruhenkraft. Hm. Das ist jetzt nicht... Ja, das ist dann ein bisschen... Such mal schon mal nach weiteren Lagern. Ich? Ja, mach ich. Mach ich. Apollinia gibt's hier in Unmengen. Und hier ist auch Eisen. Also Rot, das ist wirklich eine rohstoffreiche Map. Ja, kann man so sagen. So. Ah, da ist ein Lager. Ah, ein Bergteufel. Warte. So ein Teufellager. Ein eiserner Klingenweber. Da kann man gleich mal einen Läden ja Sammler hinbauen, dass man da auch schon mal was haben. Die Ruhner ruft. So, was haben wir denn noch? Jagdhaus Bären Sammler. Ähm, wollen wir schon mal das nächste Lager machen? Wo bist denn du eigentlich... Oh, du bist schon da oben. Ich stehe vor dem nächsten Lager. Dann sag doch was. So gesehen. Oh, ich hab jetzt mein Hauptheld keine Eiswelle. Mein Nebenheld keine Eiswelle. Mein Magier. Ja, wenn ich den Magier Schinder rufen würde, der könnte ja auch Eiswelle haben. So. Was haben wir da? Was hast du denn da? Da ist der Aste. Magier Shaida. Kämpfer Gareth. Gareth. Cool. So heißt deine Stadt bei DSA. Das Schwarze Auge. Hey, wenn ihr das Schwarze Auge kennt, dann schreibt's doch mal in die Kommentare. wäre mal interessant zu wissen. Na, dann gehen wir mal rein hier. Warte, ich muss... Oh, du bist schon direkt vorgestürmt. Ja, aber noch greifen sie mich nicht an. Ich war eben noch in meinem Lager drin. Ja, das würde ich auch gleich tun. Ich aktiviere nochmal Bärsel. Oh ja. Ja, das würde ich ganz gut machen. Ja, mit dem ganz Alien. Das leckt. Scheiße. Äh... Darf ich die Truhe aufmachen? Ah ja, Truhe, 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 Truhe. Äh... Ja, mach die... Mach du die Truhe auf. Nee, mach du die lieber auf. Ja, die Arbeiterruhen, die kriegen wir jetzt schon zum... Die hab ich jetzt schon zum dritten Mal. Ich... Ich hab's irgendwie jetzt erst zum zweiten Mal drin. Ah. Gut. Wieso hab ich Zuflucht aktiviert? Versteh ich gar nicht. Komisch. Oh Gott, hier gibt's so viel Zeug. Das ist Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn. Oh. Krass. Was haben wir denn hier? Elfwischer, Edelholzbogen und Rüstung der Ordensritte. Kümmern uns mal nebenbei auch noch um den Lagerbau. Einfach mal mitbauen lassen. Das ist ein Taustaria. Das mutet ja eigentlich wirklich schon fast dazu an, dass man Menschen nehmen sollte. Einfach damit man das ganze Aria bekommt. Weil das wird nicht weniger. Du baust Aria ab und das kommt sofort nach. Hm. Oh. Ast ist anscheinend gerade AFK. Nee, ich bin jetzt wieder da. So, Aura der Streiter. Kampfkoll der Nordmänner und ein Rubin. Okay. Man findet hier... Wir finden anscheinend gerade ziemlich viele Edelsteine. Achso, ich find's übrigens jetzt cool. Wenn wir hier da nach Norden auf diese... Mini-Insel gehen würden, damit ich auch... Äh, damit ich dann auch noch, äh... Die Rune ruft. So, ein Ding insum. So, da... Na, und klacka. Es ist mir eine Ehre. Ja. Zur Stelle. So, und jetzt noch eine Jägergilde daneben. Wie ihr wünscht. Zack. Schön. Achtung auf die Mini-Insel, okay. So. Oben auf die Mini-Insel. Damit ich das Heldenmonument durchkriege... Ich könnte ruhig mal mein Aura der Heilung reinmachen von der Priesterin. Ja. Wird nicht verkehrt. Nee. Okay. Jo, dann... Los geht's. Zack. Ach, dann nimmst du die eigentlich... Das wird dann deine Helden. Jo. Äh... Eine Truhe mache ich wieder auf. Jo. Such dir aus, welche. Zauberschockwelle. Das war's schon. Oh, war's schon. Oh ja, mein Magier-Schinder ist ja noch gar nicht ausgerüstet. Ist mir gerade so aufgefallen. So, der kann hier... Zeichen des äußeren Zirkels, geb' ich dem mal. Und... Interessant. Okay, was hat die für eine Kampf... Ich dachte gerade, da kommt Kord raus. Kord. Nee, Kord ist es nicht. Oh. Jetzt mach' mal... Dann mach' mal das so. Passt. Das passt. So, da... Was kriegst denn du für eine Rüstung? Die Erdrobe hab' ich hier nicht zufällig rumfliegen, oder? Nö. Schade. Nicht gewibtes Wams. Ja, ohne Rüstung. Ich möchte dich... Oh. Ja, hey, der kann den Iridian-Brustpanzer tragen. Cool. Auch nett. Helm der Kartei. Oh, Obsidian-Maske der... Erz-Magier. Ring der Hexen-Meister. Ich, äh... Geh' übrigens nach Süden. Du gehst nach Süden? Was haben wir denn hier? Die Traumer-Meister-Rust. Und die Traumer-Meister-Rust. Und die Traumer-Meister-Rust. Ich, äh... Guck' auf, wo meine Priesterin und wie lang will. Guck' auf, wo meine Priesterin und wie lang will. Oh. Oh. Seltsam. Das ist wirklich mehr als seltsam. Jo. Zick. Ich nehme an, das sollte hoffentlich dieses Mal klappen. Ja, da bin ich mir sowas von sicher, dass das diesmal klappt. Ich bin jetzt auf dem Weg nach Süden. Ich begebe mich da dann auch hin, sobald meine Helden alle da sind. Vielleicht schaffe ich es auch alleine. Hä? Komisch. Hatte dein Magier Schinder nicht irgendwie Eiswelle? Ja. Warte mal. Nee, mein heißt Scheider. Ordnen. Sortieren. Scheiße. Ich glaub' da hab' ich... Haha. Okay. Scheiße. Mir ist grad aufgefallen, ich hab' hier einen Magier Schinder. Und dann gibt's ja auch noch... Anscheinend auch noch einen Mag... Ach nein, hier. Ich hab' noch einen anderen Magier. Scheider. Dafür brauchen wir dann Stufe 23. Ah. Okay, das erklärt einiges. Ich hab' grad auch gedacht, hä? Ich hab' doch Magier Schinder zweimal gehabt und noch zweimal verkauft. Also dreimal gehabt und zweimal verkauft. Ja. Ich helfe dir dann auch gleich. Äh, so. Was haben wir denn hier? Ah, sehr gut. Oh. Okay. Ähm. Bauen. Noch ein Weniger, Sammler. Ähm. Bauen hier. Unten. Bauen wir mal. Meister Holzfäller und noch eine Seegemüde. Ach ja, das nächste Lager hab' ich schon alleine geschafft. Ja. Ich flünder mal die Kisten. Wieder Zauber Magie aufspüren. Ringende Hexenmeister in Rubin und Hartlederbein-Panzer. Die Ruhne befehlt, die Ruhne ruft. Hä, wo war der Magier? Ja, hier. Steinlager. Auf mein Kommando. Ja. Kämmein, ich verantrifft. So. Und los. Mir nach. Mir nach. Hier unten ist, glaub ich... Ja, hier unten ist noch eins. Folgt mir. Was hast du dafür... Ach, du hast hier lauter Arbeit, zu stehen. Hier. Die Linien müssen halten. Oh, ja, die Kita, die haben hier nicht viel zu lachen. Nee. Nee, das stimmt. Das haben sie nicht. Wie ihr wünscht. Zack, ähm... Oh, du hast kaputt gemacht. Ich habe gemacht kaputt. Was haben wir denn hier? Ich habe einen Kryptaschild. Ich bin ruhig beide. Ein Saphir und den Weltenring. Und dann noch Exekutor. Ich glaube, die ersten Schwer gehen los. Ja, die gehen noch zu uns. Also in unsere Richtung. Folgt mir. Oh, da kommen schon ein paar Verteidiger. Ja, ich baue gerade Armeegebäude. Das einzige Punkt, wovon ich noch nichts habe, ist Nahrung. Nee, habe ich sogar auch schon. Na, ist ja klar bei Elfen. Ja. Du hast ja, glaube ich, da auch tausend Bären, oder? Ja. Warum nutzt sie die nicht? Weil ich da anscheinend, weil ich da aktuell keinen Platz habe. Nutz ich da noch keine Angst. So, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu meiner Basis. So, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu meiner Basis. So, ich gehe jetzt mal wieder ein bisschen zurück zu meiner Basis. Es ist mir eine Ehre. Bauen. Oh, schade. Ich habe gerade kein... Ich habe gerade kein Holz für Schule der Alten. Schade. Ich habe gerade ein bisschen zurück zu meiner Basis. Yo, diesmal durfte das alles kein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020